Hallo Leute und willkommen zu einem Informationsvideo. Und zwar habe ich euch was zu sagen, sollte bei einem Informationsvideo auch klar sein. Erstmal im Hintergrund seht ihr Battlefield, da spiele ich ein bisschen mit den Sanitätern. Sturmsaudat, genau, mit der AK und... Ja, man sieht es halt, das ist PS4, kann ich schon mal sagen. Und Hintergrund Gameplay, oh, da sind so viele, ne. Hintergrund Gameplay, weil man kann sich dann besser konzentrieren, was man sagen will. Und, ja, was ich sagen wollte, erstmal zum Ablohnen. Ich kann nächste Woche nichts ablohnen, außer vielleicht, ich habe am Wochenende Zeit, was zu machen, weil ich jetzt gerade Praktikum mache, äh, für zwei Wochen. Ähm, und da bin ich erst um 17 Uhr zu Hause, von morgens. Und das ist natürlich sehr scheiße, weil ich danach irgendwie kaum Bock mehr habe, ähm, was zu machen. Ich habe jetzt irgendwie ein paar Clips und so aufgenommen, von Montag bis heute. Um jetzt dieses Informationsvideo zu machen, weil ich im Hintergrund was habe. Und, ja. Dann werde ich noch, also erstmal werde ich machen halt noch, heute noch, also sollte man schon gesehen haben, Assassin's Creed. Morgen wird nochmal ein A-Mech-Part kommen. Aber das wird, das war jetzt eigentlich auch nur zum Stopfen so da, weil... so toll finden das alle natürlich auch nicht, aber... Ich finde es auch jetzt nicht mehr so toll, das Spiel, nur ein paar Mal spielen. Das hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie, keine Ahnung. Das hat nicht so den Suchtfaktor. Und am Sonntag kommt dann noch GTA. Und, ja, den hat nächste Woche gar nichts mehr aus, weil ich schaffe das am Wochenende noch was zu machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich da was machen werde. Gut, dann werde ich noch, ähm, dann wann das Praktikum zu Ende ist, werde ich dann neue Sachen machen. Also, nicht wirklich neu, aber vielleicht ein paar Mal Gary's Mod. Und, ja, Gary's Mod, so zum Beispiel Travel Terroristown oder Murderer oder sowas. Und, ja, ist ganz witzig, mit Michael dann wahrscheinlich. Mit wem denn das sonst? Also, ich habe jetzt gerade keinen, niemanden, der das sonst so, also oft spielt. Und keine Ahnung, juhu! Aber da treffe ich, glaube ich, keinen. Nee. Ja, und Minecraft. Ja, ich werde jetzt erstmal wieder hauptsächlich Minecraft machen, weil, man sollte das mal so sehen, ich habe ja jetzt schon 100, 24 Abonnenten und 100 Stück davon sind nur wegen Minecraft da. Und ich kann ja jetzt nicht einfach machen, Battlefield und, was weiß ich, andere Spiele. Und die anderen Leute haben da nichts davon, die haben mich ja nur deswegen abonniert. Deswegen, es ist ja Quatsch, dass ich das jetzt weglasse, weil mir macht das ja auch sowieso wieder Spaß. Also, werde ich halt bald wieder Minecraft bringen. Und, ja, da messe ich dir noch nie der Warhol. So, und Battlefield natürlich auch noch ein paar Mal. Aber es ist halt ein bisschen kompliziert, so mit, ohne HDBVR, so Sachen aufzunehmen. Weil ich muss das jetzt hier alles hochladen, dann wieder downloaden und dann rendern und dann wieder hochladen. Und, ja, ist schon ganz kompliziert. Aber es klappt alles. So, ich glaube, das war schon eigentlich alles, so was ich sagen wollte. Und, für die Leute, die das irgendwie interessant finden, mein Wert fehlt Gameplay. Weil, ich muss nur sagen, das ist nicht jetzt das Schlechteste der Welt, aber auch nicht das Beste. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz gut gewesen, weil, vor allem am Ende, da mache ich ja noch, metze ich noch ein paar nieder und sowas. Also, für die Leute, die das interessant finden, können sich das jetzt nochmal angucken, weil, ich bin jetzt weg. Und, lass das jetzt noch zu Ende laufen. Bis dann, tschüss. Wiederleben. Bis dann, tschüss. 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 Was ist das? Das war's für heute. Schmerzen verklärt, bohrt! Achtung, Squads! Vorragiges Ziel auf euren Karten markiert! Ich hab Sichtabtakt zu befeindlichen Regierschützen! Nördlich deine aktuellen Stellung! Körger, informierst dir die Aufmerksamkeit. Liedsinten! . . . . . . An alle Soldaten, HZ-Alarm, markiert und identifiziert, angreifend und marginalisiert. Der Sprengsatz ist an Einsatzstiel Bravo angebracht. Granat, okay! Wir haben den Sprengsatz an Einsatzstiel Alpha angebracht. Schlauhe! Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Soldaten, greift durch das Einsatzziel an! Die Action, ihr habt euch gerade ein Spezialisierungsabschied verdient. Die Stärkung ist ein Spezialisierungsabschied. Die Stärkung ist ein Spezialisierungsabschied. Wir haben ein ganz viel Alpha ausgeschaltet. Wir haben einen Schwerpunkt. Analyse aufzeichnen. Neue Mission. Asset angreifen und neutralisieren. Checkt eure Karten. Analyse auf der 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 Karten.